Norddeutscher Rundfunk Rotenburg, was ist denn? Komm mal rein, komm mal hier schon mal, dass wir eigentlich mal wollen. Ich bin dann auf die roten Reise gehen. Wer ist denn hier? Das geht hier. Wo das schon, dass wir im Texten hier begonnen haben? Dass sie auch mal haben, dass sie an. Hier. Der Motorrad hier fim. Der Motorrad. Das ist aber anderswo hier. Und hier. Ja Wir fahren von links rum Wir fahren da einfach kurz durch Und ein bisschen dran Einfach kurz einen Weg erhalten Und dann war es das auch Jetzt zurück Und dann mal die Und die kommen da auch wieder raus Jetzt kommt die Fernsehertanko Die Fernsehertanko Set erstmal Und wir gucken Die Fahrer, die wir doch wieder links kommen. Links geht's dann. So ein Programm. Wenn ihr den Arm ein tut, hat's dann gut, dass wir uns mal zeigen. Also oben, wo wir da sind. Hier sind wir. Ein bisschen unterlaufen. Und dann hier rechts, da ist da eine gute Arbeit, was wir da noch versuchen werden. Und jetzt so, wir machen jetzt den Weg. Weg hoch und perfekt. Und jetzt hier. Wir müssen jetzt die Ingenie nehmen. Und jetzt unten. Und jetzt unten. Und jetzt unten unten. Und jetzt unten unten. Wir haben hier wieder auf den Weg. Und jetzt unten 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 unten. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Kurs hier auf die Kurs, aus dem Weg zu gehen, und jetzt bitte hin auf die andere, die sind in Ordnung jetzt. Weiß nicht. Der Line ist auf die Kurs, aus dem Weg zu gehen. So, hier ist oben, wo wir die Launch-Base haben. Die Launch-Base. Wobei es ging alles mit. Das ist ein Kurser-Arbeit. Das ist hier, oder? Ja, doch, ja, guck mal. Das ist ja noch zu weit da zu machen. Ist ja nicht. Das ist ja eine ganz schöne Idee. Da ist steigestückt. Und hier diese Ronde, die da gar nicht auf dem Wohnweg. Da ist ein Kurs. Wie weit ist der Kurs? Also, hier ist das eine Ronde. Das ist gar nicht hoch. Und das Fenster. Ach, das ist so. Das Fenster. Das ist gerade vorbei. Mal den Fenster. Einfach mal so ein bisschen Rutsch für Gagliere. Hier ist der Motorstaub. Wir fahren jetzt zurück. Wir machen aber nichts. Vielleicht gemäht wird am Orthaus. Das ist das. Das ist das. Soll es jetzt die Autos. Das hat der Motorraddruck. Dieser geht um. Das ist mein Ding. Die Autos. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Aber man konnte es noch untersehen, wo hier der Hase läuft, wo der Hase fährt er in ihm. Ich sagte tschüss, bis zum nächsten Mal.